in diesem video geht es um das klima das heißt die temperaturen welche damals geherrscht haben als die dinosaurier noch gelebt haben und ja es war überwiegend ein heißes klima es war viel viel heißer als heute ja die dinosaurie lebten in einer gluthitze das erlegte tier wurde aber trotzdem nicht in der sonne gebraten dazu aber gleich mehr die dinosaurie lebten eine lange zeit und die meisten kennen die art dinosaurie die vor 65 millionen jahren gelebt haben die dinosaurie gab es aber schon weitaus länger es gab sie schon vor circa 235 millionen jahren so und worauf will ich jetzt hinaus die zeitspanne der dinosaurier überstreckte sich auf circa 200 millionen jahre und in dieser langen langen zeit gab es auf der erde warm und kalt phasen in der warmphase war die erde heißer und die pole waren teilweise sogar komplett verschwunden in der kaltzeit kamen die vereisungen zurück und teilweise war das land dann sogar vereister als heute dann haben sich die dinosaurier natürlich gesagt hey was soll denn der mist ständig irgendwelche veränderungen erst ist es warm dann wieder kalt und so weiter auf jeden fall hatten die dinosaurier immer wieder mit solchen phasen beziehungsweise veränderungen zu kämpfen sondern hier seht ihr mal die zeit in jahrmilliarden vor heute die erde ist ungefähr 45 milliarden jahre alt hier haben wir null und hier haben vier milliarden jahre und die dinosaurier haben hier in dem abschnitt ungefähr gelebt das waren circa diese 200 millionen jahre zeitspanne und hier sehen wir die temperatur vor vier milliarden jahren war die zum beispiel sehr hoch und dann gab es ein eiszeitalter bei ungefähr 2,2 milliarden jahren dort gab es dann wahrscheinlich auch wieder eis an den nord und südpolen zwischen zwei und eine milliarden jahren haben wir dann wieder eine warmzeit gehabt als nächstes kommt wirklich ein ständiges auf und ab wir haben hier die eiszeit warmzeit eiszeit warmzeit und so weiter ja die urreptilien beziehungsweise die dinosaurier wie wir sie kennen die hatten es da in der zeit schon wirklich sehr schwer diese auf und ab sieht man hier wirklich sehr deutlich im zeitraum von einer milliarde jahren allerdings muss ich noch eine sache sagen wenn man mit den begriffen um sich schmeißt es gibt ein eiszeitalter und dann noch eine unterteilung zwischen warmphasen und kaltphasen sowie ein warmzeitalter mit der ebenfalls unterscheidung warmphasen und kaltphasen um das noch mal zu verdeutlichen wir leben heute in einem eiszeitalter wo die nord und südpole gefroren sind allerdings nicht die übrigen landmassen wir leben in einer warmphase und die warmzeitalter in der warmphase gelebt das heißt es war wirklich deutlich wärmer als heutzutage und würden alle pole schmelzen wäre das meer 80 meter höher so und warum gab es denn diese warm und kaltphasen was könnten die gründe sein ein grund war zum beispiel pangea der urkontinent das heißt damals gab es nur einen kontinent und durch die platten tektonik die kontinente sind dann auseinander gedriftet mit der zeit das hat millionen jahre gedauert so wie wir die kontinente heute kennen das ist aber nur ein grund warum es so viele warmklima oder eisklima phasen gab der grund könnte natürlich auch die sonne sein die verändert sich ja auch so im laufe der zeit sie wird auch immer sag ich mal ein bisschen heißer oder eine änderung der neigung der erdachse oder eine änderung der umlaufbahn der erde das könnte eben auch noch ein grund sein also ihr seht schon die erde ist schon seit ihrer geburt im ständigen wandel jetzt kommt natürlich noch die menschen hinzu mit ihren klimaveränderungen dass das kommt auch ein top jetzt bei uns das ist jetzt aber nur mal so am rande so in der nächsten grafik seht ihr mal die temperaturen zwischen 235 und circa 65 millionen jahre da sind die temperaturen teilweise schon wirklich sehr hoch plus zehn grad und dann gehen sie noch mal ein bisschen runter plus zwei dann gehen sie wieder hoch also je nachdem ob wir halt gerade eine warmphase oder eine kaltphase haben und als die dinosaurier ausgestorben sind sage ich jetzt mal sind die temperaturen wieder sehr hoch angestiegen und dann kontinuierlich eigentlich gefallen und jetzt haben wir eigentlich so wie bei uns heute sind wir hier bei 0 grad ungefähr und dann sehen wir hier noch zwei wichtige punkte das sind wahrscheinlich so prognose punkte 2050 und 2100 da haben wir dann wieder ein anstieg von plus vier grad und das ist wirklich eine prognose von nur 100 jahren da haben wir schon so einen extremen anstieg wenn wir das dann hoch skalieren auf mehrere tausend jahren dann will man gar nicht dran denken wie hoch die temperatur dann geht vielleicht reicht dann gar nicht mehr die skala hier die wir in der grafik haben vielleicht schießt es dann richtig nach oben und das wäre natürlich ganz schlecht aber das ist ein ganz anderes thema auf jeden fall die dinosaurier hatten es wirklich sehr sehr heiß in der zeit die haben sich dann natürlich auch angepasst je nachdem wo der kontinent dann abgedriftet war was dann vielleicht auch noch mal ein bisschen kälter manche dinosaurier arten konnten sich vielleicht nicht so schnell anpassen alles in allem die klimaveränderungen hatten den dinosaurier aber nichts anhaben können letztendlich war auch der grund warum sie ausgestorben sind ein asteroid der hatte natürlich auch weitreichende folgen auf das klima insofern dass die pflanzen ausgestorben sind und dann der lebensraum der dinosaurier nach und nach zu kunde ging zumindest für die großen dinosaurier die hatten da nicht mehr genügend futter das ist aber auch wieder ein anderes thema und dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal